Und jetzt wechseln wir dazwischen die drei Akkorde D mit 4 Seiten, C mit 5 Seiten und G mit 6 Seiten. Zum Beispiel so, D hat 4, 1, 2, 3, 4, dann kommt C mit 5, 2, 3, 4, 5 und dann G mit 6. Das heißt dann so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann kann man das ein bisschen schneller versuchen. Amen. Amen.